Ein herzliches Willkommen Leute hier auf der Cerberus bei Wing Commander Secret Ops. Wir haben im letzten Part gegen drei Barracudas und mehrere Devil Rays bestehen müssen. Und wir sind jetzt hier im Luiten-System und da hören wir ganz, ganz schreckliche Nachrichten. Wie immer halt eigentlich in dem Spiel. Und deswegen fliegen wir gleich die nächste Mission. Ein Kreuzer der Außerirdischen nähert sich augenblicklich einer Außenstelle von Luiten. Säubern Sie alle NAV-Punkte um diese Station und verteidigen Sie den Hauptkomplex der Außenstelle. Die Cerberus würde wichtige Daten von den Sensorsystemen auf Luiten gewinnen und könnte nötige Vorräte und eventuell Verstärkung erhalten. Ja, weil wir glauben ja, dass die sich da irgendwo in der Nähe von dem Proxima-System sammeln, um dann einen Schlag auf das Sol-System, also unser Heimatsystem, zu planen. Okay, gut, dann fliegen wir jetzt mal die verschiedenen NAV-Punkte ab. Oh, wir fliegen wieder die Vampire. Die rasante Vampire, möchte ich sagen. Gut, los geht's. Alles aufräumen. Oh, da ist die Cerberus-Flick mit uns. Mein Flügel, lösen und angreifen. An meine Piloten, Statusbericht. Wie Sie befehlen. Ich kann noch mithalten. Nichts Neues. Der saß. Einer weniger. Das Übliche an der Vampire ist, man ist beim Nachbrennerfliegen schneller als die Gegner. Und das ist so ganz üblich. Da muss man nämlich dann einmal gekonnt bremsen, um nicht in die reinzurammeln oder sie zu überholen oder so. So, einer noch. Genau, bravo, bravo. Hört kein Damage. Dann fliegen wir mal zu NAV-2, wo die Station auf uns wartet, wenn ich das nicht gesehen habe. Ich glaube schon. Fliegen wir mal mit Auto weiter und da ist Cerberus. Was? Lösen und angreifen. Jede Menge außerirdischer. Auch Geld, oder was? Du bist mein Spielzeit, Mensch. Allemann, los. Jawohl. Ja, Sir. Verstetige. Warte nur, was ich mit dir mache. Verstanden. Komm schon, Kakerlake. Du bist Straßen für unsere Metafel. Das ist richtig, Ungeziefer. Stimmt. Zielaufschluss. So, wo ist der Nächste? Oh. Da seht ihr, was ich meine. Ich bin schneller als die Skate und das ist noch wirklich unüblich. Einer weniger. Ein Moray. An meine Piloten. Statusbericht. Ich kann doch mithalten. Nichts Neues. Noch ein Skate. Oh no, das ist die Blütenstation. Die Blütenstation ist das jetzt. Cerberus meldet ein Treffer mit Geschütztor. Sehr gut. Das ist richtig, Ungeziefer. Stürm. Du bist sahen, Mensch. Ach, oh je. Ich weiß jetzt nicht, ob die Blütenstation ist. Seht ihr jemand mit? Kaputt gegangen ist. Ein Devil Ray. Alles klar, Devil. Ich muss aussteigen. Före Besuchdienst an. Die Schwerze kann mich verlangern. Ich will mich zu lehren. Und noch ein Devil Ray. Das ist der Nächste. Ja, er lebt ihn. Jawohl. Was bist du für eine Hydra? Spring mir direkt vor's Geschütz, Kakerlake. Okay. Äh. Dann fliegen wir mal mit Auto weiter, wenn uns das schon so angezeigt wird. Ich hoffe, das passt. Eröffne das Feuer. Ach, wir fliegen direkt zur Hydra. Das ist gut. Lösen und angreifen. Was ist denn an dir so besonders, dass das so undenkbar ist? Fantastisch, Casey. Okay. Hallo, Mantra. Vakita abgefeuert. Ich wette, du stirbst vor mir. Gute Arbeit. Danke. Ich bin so. Wir können nicht aufgehen. Meine Kollegen können sie ja vielleicht ausweiten. Mir nicht. Alle Feinde vernichtet. Okay. Mein Flügel sofort in Formation. Wie sie befehlen. Dann schauen wir mal. Ja. Also dann fliegen wir jetzt mal. Wir wissen jetzt bei NAV 3 oder dann zu NAV 4. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Station passiert ist. Ich hoffe, denen geht's gut, aber ich fürchte eher mal nicht. Übel lösen und angreifen. Da haben wir Schermann eine Gezellladung übler gestaltet. Wie sie befehlen. Vakita abgefeuert. Einer weniger. Das war's, Moray. Den verfolgst du nicht mehr. So. Dann wieder da. Okay. Oh, der ist weit weg. Der ist auch weit weg. Sehr gut. An meine Piloten. Statusbericht. Oh. Die süßen Stinkkäfer sind alle tot. Ich kann noch mithalten. Ich halte mich noch. Mein Flügel sofort in Formation. Wie sie befehlen. Ja, Leute. Also Amazon sieht nicht mehr ganz so gut aus. Die anderen sind alle noch recht fit. Gut. Weiter geht's. Mit unserer Vampirflotte. Schau. Lüsen und angreifen. Da ist ein Schau. Mal. Eine Begrüßungsweier. Ja, Sir. Jawohl. Verstanden. Einsatz gescheitert. Was? Ach, wir haben die Station. Vielleicht müssen wir noch mal in die Leere. Alpha 1 benötige Landeerlaubnis. Das ist unverzeihlich, Alpha 1. Noch einmal so eine Leistung, wie wir den Krieg verlieren. Landen Sie sofort. Die Information bleiben, okay? Ach ja. Äh. Wir haben die Luiten-Station verloren. Äh. Also ich nehme da die alle Schuld auf mich. Ich habe die Luiten-Station verloren. Äh. 76 Prozent, naja. Escort and Defend the Cerberus. Das haben wir geschafft. Patrol All Nuff Points haben wir auch geschafft. Naja, gut. Na gut, Leute. Hm. Also dann fliegen wir doch gleich die nächste Mission auch noch. Und schauen wir uns mal an, was wir da tun müssen. Hm. Die Sprungsensoren der Cerberus haben angezeigt, dass ein vermutlich außerirdischer Nachschubkonvoi in dieses System springen wird. Folgen Sie der Nachroute und eliminieren Sie alle außerirdischen Abfangjäger, die Ihnen auf dem Weg begegnen. Zerstören Sie den außerirdischen Nachschubkonvoi und alle ihn begleitenden Schiffe, wenn Sie auf den Konvoi treffen. Sobald Sie den Konvoi zerstört haben, erhalten Sie Erlaubnis zu landen. Und wenn ich ihn nicht zerstört habe, dann darf ich nicht landen, oder? Na gut, dann fliegen wir mal. Wir haben einen Bomber. So. So. Moskito. Die waren ganz gut. Die Moskito sind in Ordnung. Ja, Leute. Vielleicht wird das jetzt ein längerer Part. Das könnte sein. Schauen wir mal. Also, fliegen wir mal los. Die einzelnen Nachpunkte bis zum Konvoi. Wir werden von Vampires eskortiert. Das ist auch nicht schlecht. Wobei ich lieber in der Vampire sitzen würde. Hier draußen ist absolut gar nichts. Das ist schön. Das ist sehr schön sogar. Dann fliegen wir gleich weiter. Wenn mal nichts ist, ist auch ganz schön. Mein Flügel lösen und angreifen. Da haben wir scheinbar eine ganze Ladung übler gestaltet. Jetzt auch noch. Spring mir direkt vor's Geschütz, Kakerlake. Ja, erledigt die mal. Das ist auch ein Skate. Meinst du? Ich seh deine Brüder nicht mal. Wo ist der Nächste? Auch wieder ein Skate. Du wirst dich kitzeln, Skate, oder? Oh, ist die träge im Vergleich zur Vampire. Mann. Gute Arbeit, Kollege. Okay. Okay. Springen mir direkt vor's Geschütz, Kakerlake. Noch ne Wannse weniger. Das ist bad. Springen mir direkt vor's Geschütz, Kakerlake. Warte nur, was ich mit dir mache. Hey, Moray. Warte nur, was ich mit dir mache. Gute Gauben. Wieder mal ein lästiger Skate. Auch wenn's der jetzt nicht auf mich abgesehen hat. Aber den hab ich schön auf die Ferne getroffen. Wahnsinn. Ach, da sitzt mir einer im Nacken. Statusbericht. Ich kann noch mithalten. Oh, jetzt da unten. Wirklich mal. Noch ein Skate. Ich bin ein Arme niederbämmel. Weißt du? Die Vampire-Inruhe. Ich wette, du stirbst vor mir. Du bist seine Inhalte. Ja, irgendwann mal vielleicht. Das ist richtig, ungeziefer. Stimmt. Ich bin ein Arme niederbämmel. Ich bin zu Störlein. Bis nach. Der Skate. Gute Arbeit, Kollege. Okay. Alle Feinde vernichtet. Mein Flügel sofort in Formation. Ach, da ist der Damage-Report links oben statt links unten. Bin verwirrt. So, weiter geht's zum Nav 3. Ich glaub, hier ist der Konvoi, oder? Gut, dich zu sehen, Casey. Da haben wir schon mal ne ganze Ladung übler gestaltet. Ja, den haben wir. Mein Flügel lösen und angreifen. Die Ladung haben wir. Formation lösen. Und versucht, was zu treffen. Mach die Waffen bereit und greift an. Du bist keine Herausforderung für mich, Kakerlake. Ich muss mal aufpassen. Oh, oh, Mann. Oh, Devil Ray. War so klar. Wenn eins klar war, dann, dass hier Devil Ray sind. Wenn ich in diesem Schuhkarton fliege. Noch ein. Weck mir ein anderes Schiff. Ich muss hier raus. Die Insekten schießen auf dem... Da, der hat mich schon entdeckt. Das war keine gute Idee, Devil Ray. Von dir, mein ich. Die Brücke ist zerstört. Sehr gut. So. Ein Manfaar. Nicht zu nah ran. Schweres Geschützfeuer. An meine Piloten. Statusbericht. Oh, ein... Ich muss aussteigen. Vorbesuchdienst an. Der eine oder andere ist schon ausgestiegen. Eine weniger. Ich kann noch mithalten. Zielaufschluss. Jawohl. Kurze Pause. Aber nicht lange. So, jetzt werde ich mal auch in Richtung, äh... Transporter mich wenden. Voll Stoff. Spring mir direkt vors Geschütz, Kakerlake. Spring mir direkt vors Geschütz, Kakerlake. Kakerlake. Vollkirr zerstört. Suche nach weiteren Zielen. Ah, das war die Geschichte, wo mir der Kai schon mal gesagt hat. Ähm... Torpedo, los! Das war meine Torpedos. Jawohl. Jawohl. Äh, nicht, äh, abfallen an dem gegnerischen Schiff, sondern, ähm, dass hier die abgefangenen werden von den Geschützstürmen. Komm schon, Kakerlake! Genau. Nein, ich wollte den Afterburner nicht locken. Torpedo, los! Torpedo, los! Torpedo, los! Jawohl. Ich bin echt unglaublich. Du bist unglaublich. Ich habe mich wieder gesehen, wie erlösen. So. So. Stehe unter Beschuss von Geschütztürmen. Das kann dir passieren, ja. An meine Piloten. Statusbericht. Ich kann noch mithalten. Das haben wir's versuchen. Jawohl. Ziel zerstört. Den habe ich allein besiegt. Aber lang genug. Jawohl. Und? Die Maschinen auch. Einen haben wir noch. Oh doch, bei diesem Gemetzel glaube ich das schon. Achso, halt. Ich kann doch gar nicht schießen. Was ist denn das für einer? Das ist ein großer Torpedo. Kass nur auf da draußen. Uh! Den fangt ihr wahrscheinlich nicht ab. Oh. Doch. Ach, die treffe ich jetzt nicht, weil ich von vorne kommen muss. Da fliegt noch eins. Ich feure eine Torpedo. Jawohl, Feuer mal. Der hält sich lange. Aber wie ich es gesehen habe, ist das Heck schon zerstört. Aber ich habe keine Torpedos mehr, oder? Und ich habe keine Torpedos mehr. Dann. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Schweres Geschützfeuer in meiner Nähe. Ja, in meiner Nähe auch. Das ist ja das Problem. Mein Chor ist immer noch zu 33 Prozent zerstört. Jawohl, sehr gut. Amazone. Schön. Jetzt brauchen wir bloß noch die Turbinen, oder die Antriebe. So. Mein Flügel, sofort in Formation. Mein Flügel, Standardformation einnehmen. Ne, da komme ich scheinbar nicht durch. Aber den kriegen wir noch. Irgendwie. Utsch. Ach, ich habe meinen Nachbrenner... Ich habe immer noch meinen Nachbrenner gelockt gehabt. Ach, herrje. Da wundert mich nicht, dass mein Schiff so komisch reagiert. So. Ganz, ganz entspannend. Ich nehme mich jetzt mal an deine Brasen. Ich glaube nämlich nicht, dass du noch Geschütztzöme hier hinten hast. Es sieht aus, als ob ihr noch nie geschädigt ist. Aber sie klärt nicht, deine Anhalte. Aber lange gemütlich. Ich bin echt unglaublich. Yes. Geschafft. Fliegen wir weiter, Leute. Einsatz ausgeführt, viel gut. Wie schon prophezeit es, der Part etwas länger geworden. Keine Feinde zu sehen. Aber immerhin haben wir mit einem Erfolg, mit einer Erfolgsmeldung, äh, den Part beenden können. Bin zweitens mitgenommen. Mein Kern ist zu 33% beschädigt. Aber das ist, ja, ist jetzt... Mein Flügel. Lösen und angreifen. Da kommt noch was. Da haben wir scheinbar eine ganze Ladung übler gestalten. Springen wir direkt vor's Geschütz, Kakerlake. Warte nur, was ich mit dir mache. Meinst du? Warte zum Schuss, wer meint. Wir müssen schießen. Die Ziele zwar nicht auf mich, aber treffen meistens mich. Das haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehabt, dass, äh, nachdem die Missionen erfüllt waren, nochmal Gegner kommen. Ähm, das überrascht mich jetzt massiv. Oha. Ah. So, noch ein Skate. Wadilo, du Skate, du. So, Moray. Zählt hier jemand mit? Ich wette, du stürmst vor mir. Eine weniger. So. Okay, hier scheinen wir fertig zu sein. Mein Flügel sofort in Formation. Okay. Dann fliegen wir weiter. Hoffentlich kommt jetzt nix mehr. Hier spricht Kifi. Ich komme jetzt zurück. Gute Arbeit, Alpha 1. Sie können landen. Gut, Leute, landen wir. Sorry, dass der Part jetzt dann doch so lange geworden ist, ähm, aber ich habe mir ja eingebildet, eine Doppelmission zu fliegen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, euch nicht zu lang war. Und, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns auf der Cerberus wieder beim nächsten Teil von Wing Commander Secret Ops. Bis dann. Bis dann.